Simone Thomalla bei Gala im TV, Es Keinen Menschen, Den Ich Mehr Liebe Sie gehört zur ersten Riege der deutschen TV-Stars, Simone Thomalla, 57, begeistert seit über 40 Jahren das deutsche Kino- und Fernsehpublikum. Die ZDF-Filmreihe Frühling mit der Leipzigerin in der Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann ist inzwischen zum beliebten Dauerbrenner geworden. Auch privat macht die Schauspielerin immer einmal wieder Schlagzeilen. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner, dem Handballprofi Silvio Heinewetter, 38, im September 2021, schwebt Thomalla seit einigen Monaten mit dem Berliner DJ Nicolino Hermano, 45, endlich wieder im siebten Himmel. Zuletzt verbrachte das Paar einen gemeinsamen Urlaub in Thailand. Wie sie sich die perfekte Auszeit vorgestellt und dann offenbar auch umgesetzt hat. Erzählt sie Annika Lau, 43, bei Gala im TV, am Anfang erstmal nur Strand, nur aufs Wasser glotzen. So gar nichts machen und dann werde ich aber so langsam nervös, weil ich dann schon jemand bin, der was sehen will, und auch das Gefühl habe, man muss sich, wenn man woanders ist, was angucken. Das haben wir auch gemacht. Anführungszeichen. Während Simone in Südostasien unterwegs war, tummelte sich ihre Tochter Sophia Thomalla, 33, auf einem ganz anderen Kontinent. Bei den Australien Open feuerte die Moderatorin ihren Lebensgefährten. Den Tennisspieler Alexander Zverev, 25, an. Leider vergebens, der Hamburger schiebt bereits in der zweiten Runde des Turniers aus. Bei Mama und Tochter läuft es in Sachen Liebe, doch in Time-Details tauscht das Duo beim Plausch am Küchentisch nicht unbedingt aus, wenig. Wenig ich glaube, man denkt immer, Sophia und ich sind eine Einheit, und es gibt keinen Menschen. Den ich mehr liebe als sie, aber es ist trotzdem das klassische Mutter-Tochter-Verhältnis. Es ist nicht so, dass ich die beste Freundin bin. Ich glaube, wenn es ihr nicht gut geht. Dann ist die Mutter da und dann würde sie wahrscheinlich auch zu mir kommen, aber a, ist Sophia jemand, der sehr gut mit sich im Reinen und klar ist, und b, nein, das machen wir nicht. Ich bin Mama. Anführungszeichen. Weitere Einblicke in ihre Beziehung zu Nicolino Hermano und Tochter Sophia gibt Simone Tomala am 28. Januar 2023 ab 17.45 Uhr auf RTL oder auf RTL Plus. Verwendete Quelle, RTL. Manfredent von Antif$%& Vielen Dank.